Ich habe geschworen, nicht gegen Danny, um Gift-Subs zu spielen in diesem Game. Weil er verarscht Kinder. Warum? Wobei verarscht also ein kurzer Einwand? Ich habe achtmal gegen ihn um Subs gespielt und er hat achtmal gewonnen. Dann hat er einmal nicht um Subs gespielt und dann wurde er letzter. Wollen wir es so machen, die letzten drei Giften an die ersten drei zehn Subs und in der Mitte ist es fang raus. Joa. Oh, Löwencall, Digga. Joa. Die letzten zwei und zwei in der Mitte frei. Können wir auch machen, die ersten zwei und zwei in der Mitte frei? Oh, die ersten zwei Premi müssen wir uns. Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Die letzten zwei Giften, die ersten zwei 10 Subs. Und die drei sind frei. Das ist gut. Das ist Degal Löwe. Löwe, Digga, Geiler Kohl. Okay. Das ist die Sahne Kohl. Okay, die Kohl Fried. Das ist die Creme mit dem Kohl Fried. Die Kohl Fried. Die Kohl Fried. Die Kohl Fried. Die Kohl Fried. Jungs, ich mach Zufall mehr. Ja, ich mach Zufall, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Jungs, 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 Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Warte mal ganz kurz, ist eine Zufallskarte, die ist so schwer. Wollen wir die echt spielen? Nein, 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 ich habe bis jetzt einmal in mein Leben Golf gespielt. Aber die ist nicht so schwer. Ich laufe euch ein, das ist für neuliche Quatsch. Nee, scheiße, oder? Direkt ein Ace. Ja, nee, hast recht. Die ist nicht schwer, Mann. Doch, ich habe jetzt die erste Waffe gemacht. Also ich spiele das jetzt zum zweiten Mal. Ja, wollt ihr? Ich habe jetzt nicht richtig gemacht, aber dann, ach bitte. Wollt ihr spielen oder nicht, Jungs? Nee, ich mache drei Stöße. Ja, ihr habt jetzt schon drei Stöße zu viel, dass ihr es schon gefällt. Bei Willi. Nein, auf der Karte vertrauen wir gar nicht auf der Karte. Nee, nee. Jetzt machen wir, komm, auf da. Ja, auf da. Ey, soll da nicht? Keiner ist, ne? Ey, Gott. Ja, ne, ich bin wieder am Kinderfarsch, ne? Ey, kriegt von mir die Subs, ne? Auf der Karte ist alles möglich. Kriegt von mir die Subs, ne, Jungs? Nee, die ersten, ach, die letzten zwei, die ersten zwei. Und drei in der Mitte sind drei, die sind raus. Ey, wie macht man nochmal Welt? Ja, Bruder, Wechselkarte. Gänse, schwarz, bin so ein Peach-Digger. Ich bin so ein Bastard. Was kann man nochmal rausgehen? C, mit C, mit C, mit C, mit C. Jungs, was muss man machen? Wechselkarte, Bruder. Eine Schwerkraft, ich bin ja ein Physiker geworden. Nein, nein, nein. Alter, was ist das denn? Kollision ist an, ich warte hier für mich. Gott, ich wickeh. Ist das eine Kollision? Ja, Kollision ist an, ich bin mir vorbei. Ich warte bis zur letzten Sekunde. Ich warte, ich f*** euch. Ja, ich bin, welche Farbe bin ich eigentlich? Juhu, 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 Juhu. Juhu, 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 juhu. Juhu, 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 juhu. Ich f*** ihn, ich f*** ihn für Team. Oh my God. Ich f*** ihn für Team. Scheiße, oder? Gott, Digga, du hast jetzt hier komplett gefällt mir. Was? Du leg dich nicht mit den irren König an, du Bastard. Oh my God, ich bin zurückgefallen, ist das krank. Apobidol. Er hat mich doch auch genauso gemacht, wie du, viel zu fest. Er hat mich so geknallt. Ach Digga, man kann den anderen sogar rausf***en. Aaaaaaien, Elia, nein. mein gott ja du hast damit angefangen ist der dom was gehen hier aber da reinfliegen gänse schwanz es ist das es ist das ex von riede ich habe verkackt ich habe verkackt auf der karte auf der karte ist das so glaubt das ist das zweite loch bei mir war das wird das wird ein holen und ich muss es aber versuchen weil ich die abkürzung nehmen will welchen vollpfosten bin der gar nicht runter geschossen ich habe dich runter 3 ist hier stark die karte ist noch so ich bin ein bastard ich kann das ich kann ich kann mich ich wurde so krass gerade okay elias scherlich scherlich da aber will ich schlechter ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin doch kopf ich bin doch nicht alle lang ich sehe euch nicht mal Ich bin ein dumm Kopf, ich bin ein dumm Kopf. Ach, ich bin so ein Bastard. Ich bin ein dumm Kopf. Ich bin ein dumm Kopf, ich bin ein dumm Kopf. Okay, das muss man machen. Ich steigste hier. Mein Golf ist vorbei. So? Mein Golf ist so vorbei. Nein, 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 nein. Und ich fliege raus ins Gras. It's over. ist das krass ist das krass mickey ich bin so gut ja ich muss mich noch das für abgespacete einfallsweg jungs oder was muss man machen denn die sag mal bitte gravitationsfeld meine zu das ist die gravitation es ist die zentrifugal kraft scherlich wahrscheinlich an ich sehe nicht wo es hingeht sagen wir mal den tipp das war sehr wenigstens du musst dann ins loch treffen ein außerhalb muss er vorbei mit power und ja aber ich sehe doch ich habe nicht ich habe auch so reingelackt bei dieser map das war ganz krank so eine bastardscheißer reichen sport was machst du bist doch vor mir du musst doch als nein du bist vor mir gut wenn ich hören will bitte 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 oh mein gott noch mal hallo ich bin doch vorbei bruder du bist das loch denn scheiße jetzt wieder nicht schlechter lässt sich zeit der man los zum ersten mal dieses spiel für die sekunden zeit hast du dann ist die falsche richtung du musst du musst da wo er von oben kommt sind ist es eng geblieben ich bin da vor da wo er von oben kommt du musst auf die andere seite noch 20 sekunden dann ist ja bitte ich bin nicht witzig man ich habe ich habe nicht was ich schwöre nie wieder spiele ich irgendein scheißspiel von deinen empfehlungen das war es nein das war mein vater seine schuld er hat mir gesagt spiel golf super ball ich bin gerade noch fantasie hier richtig schön ich bin ein peach ich bin ein peach schönes spiel richtig schönes spiel richtig schönes spiel von jalo da werdet ihr alle proben es gibt ein ganz schweren ich bin auch so schlechter bitte nein der letzte ist eigentlich alles gut ich habe viel gemacht mach erstmal entspannt am besten davor stehen bleiben vor das puste rohr das loch an die bande recht dran nicht das nicht vor die mann ist und die jetzt lasst du nicht in den kopf so nämlich doch jetzt muss ich stark stark hier gemacht schnell schnell jungs nach zehn sekunden zehn sekunden ich bin ein bastard nicht was sind das jetzt okay 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 warte mal ein bisschen noch ich mache was Was? Oh nee, oder? Oh nee! Oh nee! Oh wow! Wie du die Ente da hast, stark. Geh mal gut. Du wirst okay. Mit fünf? Nicht verkehrt. Oh nee. Danke. Wie auch immer das war. Korrekt. Stark. Die ersten zwei waren so ein dummer Madame. Aber hier kannst du jetzt alles offen. Das ist so ne Bastardkarte. Wie viele kommen noch? Wie viele... Siehst du jetzt? Das war ein Bugi. Siehst du jetzt? Das war ein Loch C. Es kommt noch acht. Ja, es kommt noch acht. Micky auf der drei. Micky auf der eins. Micky auf der eins. Oh, die Löcher. Einfach mal. Foppen. Ach du Scheiße. Die Dinger fliegen hoch. Boah. Hä, wo soll's hier lang hin, Jungs? Ach du Scheiße. Hä, und wo fliege ich dann hin, Danny? Sind wir falsch, Danny? Moin. Ach du Scheiße. Komm mit Willi, komm mit. Ist das ein Fahrstuhl? 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 Nein. Ach viel zu wenig. Ach nein. Hier hab ich das mal sogar probiert. Vielleicht eine Fantasie? Oh mein Gott. Bin ich ein Macher? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte bleib. Stark. Bin ich ein Macher, ne? Oh, Micky. Eli wie schlecht. 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 Ich komme an den zwei vorbei und fliege dann drüber. Oh, wo ist das die Krähe? Bitte. Wann haben wir hier? Ey, nicht schwer die Level werden. Na, stopp. Yes, baby. Stark. Sechs ist gut. Sechs ist vollkommen satisfied. Das ist echt gut. Was er mit mir macht. Ich werde gemacht. Ich werde gemacht. Aber wir haben ja noch Sydney am Start. Und auch die Krähe tatsächlich. Ich werde gemacht gerade. Die Krähe. Nein, die Krähe. Nein, die Krähe. Full Power in die Kurve. Full Power in die Kurve. Weißt du? Hatte ich eben gemacht und dann war es über so vielleicht geflogen. Dann nicht ganz viel Power. Bisschen weniger vielleicht. Oh, scheiße, Medi, ey. Oh, war das Ding so. Nein, 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 bleb bleb bleb. Oh, stark. Nein, Digger. Oh nein. Guck an was. Oh nein, Medi, nein. Aber ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Das schwarze Loch. Egal, bro. Egal, Mann. Wie ausgespuckt wird, iii. Guck mal, ich komme nicht mal mehr zurück zu meinem Diz. Das Medi Deluxe. Nein, das ist Medi Bang. Ist aber nicht schlechter für Medi Performance. Nicht schlecht. Medi Bang. Auf 14 ist okay. Boah, das wird ein dritter Chat. Das wird ein dritter. Ich mache es mir in der Mitte gemütlich. Jetzt müssen wir was gut machen, Chat. Ich mache es mir in der Mitte gemütlich. Ich mache es mir in der Mitte gemütlich. Hä? Oh mein Gott. Warum? Ich mache es mir scheiß drauf. Oh, nee. Nein. Ach, Mann. Ja, Jungs. Jetzt müssen wir die Subs abgeben. Da wer das jetzt halt so. Okay. Na, f*** ich. Na, f*** ich die. Drecksmap. Die zählt nicht. Schaff ich den Chat? Ne, oder? Ok, jetzt hilft ja nicht, ne? Was? Wer war das denn denn? Wer war das gerade? Wee? Uuuh, stark! oh mein gott was ein schlag 2 2 aber es ist der lott wieder ich mache einen langsamen noch 40 sekunden zeiten die ohren rechts 6 6 6 ist sehr stark wie gesagt wie es auch immer das ist gut achte es bis als schon gut wie es 5 4 4 das wird hier mit dem platz ihrer immerhin so vor dass sie hier gehen oder was soll hier gehen hier geht fantasie mein freund guck mal guck mal so das geht gar nicht oder es ist so dumm schwere das so dumm ja alter ich bin auch hier schlecht oder schlecht wieder das mache ich aber bruder ich check es nicht was soll ich denn machen ich bin ein paar ich bin ein nein 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 ich bin der wirst du krass nein 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 spiele ich sowieso ein bastard guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal schlägen bist du schon willi ach oder ich kann mich so krass ab das war ein ich kann das nicht mehr steht unten rechts oben mein gott sehr gut willi und jetzt vollgas nach oben jetzt ein ein bisschen ruhiger machen will ich einfach neben mitte mitte so zwei zweieinhalb balken genau ich habe so gern popet sehr gut nicht was ich hab die filmer die wand ich bin zweiter alles offen du kennst wirklich geld da wieso musste jetzt zeige ich euch warum ich ja das war es auch wieder medien ich muss um jetzt hoffen darüber zu kommen nein du kannst mal probieren ich will nicht mehr ich will das kann ich bin ich spiele nie wieder heute ich spiele ich bin heute nie mehr golf das ist die map die mir jetzt meinen 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 dings wieder raus ich bin so ein bastard ich bin so ein oder ich bin so ein schlechter spieler ich sage es mein halb ist vorbei man haben einmal wollen willi ist wieder nicht mickey woods nach mit sechs ne kacke vier das rechte blatt über diese mitte meine fresse oh mein gott die firma an die wand gefahren abfeuern abfeuern bitte nach hinten ja klar ich werde nach hinten geworfen ne ich bin so ein bastard ne oder mach nach vorne hier geht einiges abfantasie hä bitte vor bitte lieber gott nein nein ok doch gut 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 nein nein ach man fällt wieder runter digger krank was bin ich ja was bin ich hier sind das können die ersten zehn nacht ich habe gerade vier schläge ich habe vier schläge ich bin ein bastard vier stück und genau diese vierten platz halten die vier weg ich bin wieder vor ich bin sechs medien muss sein oder er mir heute ja aber irgendwas machen von der sie und das ist ein guck dieses passerspielen ich hätte bei denen so gut guckte dieses passerspielen dieses diesen mann fahrt guck mal guck mal hier einfach scheiß drauf einfach beim start zurück wie viel habt ihr am start gemacht helft mir mal einer bitte was soll ich denn machen man kann hier geradeaus durch und jetzt wo geht es jetzt wo geht es lang ach haben oder das ist so eine drecks map bastard map guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal wie springt man dennis legen maus ausdrücken im wasser springen nach rechts ach bruder 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 oder wo muss schön kala baller war da mache ich schwer so schwer sicher ich falle die firma ja so die mann oder ich doch dieses spiel nicht mehr gewinnen ich will gar nicht mehr gewinnen so nämlich so nämlich ich bin so ein bastard ich fahre die firma hier so an die wand guckt ihr das an dieses so ein spiel dieses spiel guckt ihr das an ich war die firma die wand 90 oder ich fahre meine firma ja so an die jetzt hier los ich habe das an der wand oder wo muss ich hier hin das sieht bis jetzt auf jeden fall gut aus hier warum bin ich denn da gesprungen okay auch nehmen wo lang muss ich lange nein nein aber wie soll ich das denn mit dem mit dem magnet schaffen wo muss ich denn hierher ich kann nicht mehr gucken 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 ich weiß nicht wo es jetzt ach nein okay black gecko warte geht sie weiter ach so ja oh mein gott oh mein gott was ist das für eine map oh mein gott oh mein gott irre richtig richtig guter score glaube ich guter score guter score ich glaube guter score ich bin so ein schwach kopf ich bin so ein schwach kopf du bist du mir etwas ich glaube ich habe dich nicht mehr oder ich weiß nicht mehr oder ich bin hier nicht mehr oder ich bin so ein blitz aber wenn ich mir also ein müll das ist doch ein mülle nicht mehr hoch christian schauer gefragt hier ist ja ich schaffe es da ich habe ich habe jetzt da er hat ihm eine letzte kunde stark abstand ich muss ich muss was wir fliegen 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 das bin ich fliegen der war glaube ich ich glaube wir können hier was ganz krasses jetzt machen ich schwöre hätte ich gerade ein bisschen glücklich jetzt mit drei löschen mit drei schlägen gehabt ihr schläge ich bin so krass ich bin ein wird das jetzt ist noch jemand ganz am anfang ich gebe den tipp das hörst du zu sicher ist das rechte rohr was du quer ist ein gehen das rein so die hälfte vielleicht warum muss ich den händen der bruder kennt mir auch nicht ich habe es geschafft sehr gut ich bin aber ich habe ich fünf schläge machen du hast acht ein bock mehr gehabt auf dieses dreck und ich ganz kurz ich möchte einen subs von der die haben der eine krägt neue bastarde einer redet der vorletzte gibt dem zweiten die massen noch mit eine runde golf oder noch mal mit zehn nachgleich regeln letzten bei erste zwei und diese zwei damit es raus ja okay jetzt aber trotz können wir trotzdem gleich machen okay machen wir gleich okay okay ist die ursache ich war spielt jetzt rein von der schande jetzt werden wieder kinder verarscht hier bin ich zu hause bin ein bastard ich bin ein bastard mein gott nach oder sowas ist doch wieder ach geil medisch was ist das ass einer von euch hat mich so ich will auch nicht hören wir machen oder runterrollen wieder aber das ist wirklich einfach für eine 1 für das erste loch was ist das für eine map schon wieder ja ich bin ich dachte heimspiel ja heimspiel ja warum heimspiel eigentlich warum warum heimspiel warum das ist ein dschungel in die hand und so also also quack warte ich hab das nur noch drei sekunden so ein dreck ich schwörs euch ich habe jetzt schon keinen bock mal nicht nach hause ich pack meine sachen man liegt einfach gleich liegt einfach gleich ist das krank erste runde er sind jetzt auch eingemacht das ist krass heimspiel naja oder aber wir kann spiel bei mir ist warum denn sag mal ich mache risiko ach bruder mickey ich schwörs ja ich mein bruder jalla hehehe ich brauche was von dir stark eddie ich mach nicht mehr raus oh mein god er ist ja weg spiel zu ohne und ohne ich hab willi so stark hä ah ich bin zu gierig oh hey willi oh ne willi denn nicht ist coming oder ja wo bin ich iiii ach der wäre dringegangen der wäre dringegangen ja scherlich bitte ach das hätte ich dir oh micky auch nicht schlechter ne micky micky auch nicht schlecht da hörte aber auch hast du gemacht ich habe holle lorne nee echt nicht stark oh nee oh stark micky okay wer ist die gier ich hätte hier locker auf drei einfach gehen mit gefühl noch neun schöne neun aber micky nicht schlecht aber willi auslachen ne ne 20 ist ja schwer da bin ich direkt auf den letzten ne ist das krass ne was ist das hier oh hä wie soll ich denn da rüberkompon was soll es denn hier lang gehen das ding ist fantasie aus der hölle komm wie dann die kinder verarscht er hat es direkt geschafft ich bin falsch ihr opfer ich habe mich selber hä was soll ich hier tun digga ja mein halbes vorbei mein halbes vorbei wo soll es denn hier lang gehen ah ich weiß wo lang ich glaube ich ich weiß nicht wo lang oh mein gott hab ich mich gerettet oh mein gott oh mein gott oh ne mit zwei oh ne mit vier oh gut stark wir würden 14 haben 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 man müssen denn der ok das ist das schwarze gefieder so palaschis das ist der boogie ich weiß doch nicht wo lang ja ich weiß wirklich was sie ich weiß nicht wo lang nicht sagen ich sagen ich brauch die 14 leute ich sag mal so in die richtung richtig jetzt runter und jetzt runter mein bester richtig okay stark starker versuch lange gehen ist nicht noch zehn schlag ist aber am spritzen ich bin dann wasser mit dem wasser mit dem wasser okay 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 nicht schlechter mickey und da ist er wieder 27 ist gut ich bin gut dabei aber du merkst man kann jeweils aufholen ja ich bin gerade gerettet ja man kann also gerettet gerettet wir werden kinder war nein ich die ecke du kannst das bastard spiel auch stark stark rede ich mache es so unruhig naja ja ich auch oh mein gott oh mein gott super spiel spiel nein nein wenn die parte danny 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 sei vernünftig bitte oh mein gott ach das hier habe ich die ausgehoben mein gott ich bin nein ich würde starke nicht so mich die schlechte die ente oder ich hatte die ente hat mal ich glaube ich habe richtig viel gut gemacht mein vorsprung ist dahin mein vorsprung ist hinüber ja klar nachdenken so jetzt nämlich das spiel bastard spiel bastard spiel ich bin echt so ungeduldig so aber jetzt okay boogie ist ja völlig gut er ist jetzt bezahlt hier der boogie der ist average hat jeder wahrscheinlich zwei hat bezweifle ich mein freund stark wie die stück ok will aber golf wieder steckes bestand oder das war wieder ins auspacken ach du kacke ich denke mal sag mal ruhig hier mal ruhig so in der ruhe liegt nämlich die grundsolide drei oder wie plötzlich wieder letzter passen wahnsinns idee ich mache bitte nach oder nein auch dieses spiel es ist so und was ist so ein wunderbares das spiel aber gut ist super hier ist gut wie viele drei hier ist gut aber mickey da auch nicht schlecht damit vier schon stark mickey oma kommt sogar nein 6 ist gut 6 aber das beste rausgeholt zum glück nicht schlecht also knapp das ist aber gut spieler auf das kräftige aus so unfair das habe ich noch nicht gesehen schießt er mich nach vorne gerade hoch ich kann nichts machen lächerlich der gotti ja jetzt heißt es einfach anspür mein freund nach vorne oder einfach kommt über den knochen gar nicht mal daran liegt gut gut ist so gut glaube ich okay nein willi nein und mein schatz ist doch nicht wahr das ist die gier niemals okay okay diese zwei drei kleinen mehr ist immer gut eine platzierung bitte knapp kommen wir gerne alle 37 sehr stark alter was ein ball geiler haltet du musst als erstes mein gott nein wenn wir ganz gerade durch klopfen könnte es schaffen was ich habe es gemacht aber du kommst fantasie ich kann ich mir wer ist in der rote bitte ich kann nicht mehr ich werde mal mit vier macht ihr stück ist wieder die kreer glänzen im gefilmte nicht okay einfahrtswinkel mit neun ist wichtig mein bruder gerettet dass die genau mods vielleicht mal den link von meinem bruder mit rein posten falls ihr könnt mein bruder steht auch zwischen die auf twitch gerne mal die woche steht auf jeden fall gerne mal dann follow job würde sich selber freuen ich auch die pflanze oder jalla sage ich das ist der lotti auge auf die die kreer kommt die kreer kommt ist nicht die ente ich kann nicht mehr ich kann oder ich habe durchgezogen aus der bahn geflogen dreimal gedrückt der propeller sieben punkte gar nicht so wie viel das noch sind wir wir haben noch fünf oder so oder ohne 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 oder ohne ohne dass land oder geschafft ist ein hole in one scheiße fragen okay scherlich also scherlich am werk platz du die muss ein bisschen langsamer machen okay plötzlich drei dritter platz mit geld da wie knapp ist das ein punkt wieder schlecht oder welcher bastard oder weil mich irgendwelche deutschland am anfang anubis bastard anubis unglaublich es ist so krass das ist bei mir trifft dort so gaming willi hd soll ich möchte mit dem wichtigen schlager stock wieder zwei gut gemacht jetzt ein bisschen aufholen jetzt müssen wir bis hin den letzten metern okay denn nicht weit was ich schwöre das kann ich sagen ich schwöre wie wie ach oder noch ein pitcher was da passiert das ist die ente wird der birdie ist die mein gott ja das mal einschlagen okay es ist so an den wenig ordentlich nein vier micky muss ein bisschen mehr machen okay wieder ein gut gemacht auf micky letzter aber das ist trotzdem knapp es ist trotzdem knapp ist es knapp wo muss ich denn hin weiter und das ist ein riesen ding da kannst du einfach nur fantasie bringen aber alle von uns gepopelt gegen mich er hat mich so in den arsch du hast mich auch roll so vieles geht ohne ich denke beim pommes bitte nicht mit mir die nicht mit mir die bitte nicht bleibt bitte nicht ja danke oh mein gott okay die vier stinkt jeder hat jeder drei das kotz krass wieder ein gut gemacht wieder ein gut gemacht 89 86 fantasie anubis ja 100% leck meiner es ist so dunkel es ist so dunkel dieser karte in der ruhe in der ruhe die kraft nein ich mache ruhig aber warte mal eben also dass das spiel mich hierhin macht ich feuer ab der mir scheißegal ich bin ein mach alles oder nichts solide und solide kann ich das gewöhnen auf der 3 habe ich will aber sofort mal das spiel machen wir gleich regeln ja ja gleich regeln hast du wieder kinder verarscht in der männer zuverjungs bitte die einzige möglichkeit die ich mir vorstelle ist er wird abfotografiert und im hintergrund steht irgendwo wieder wenn das würde ich mir ein würde ich mir ich sage wir müssen von dieser welt ein vom hotel die ganze zeit dahin kämpfen ja 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 trinken wird das glaube ich eine mine die explodiert ist er wieder oder weiß er wieder aber hat die werden noch nie gespielt oder kinder verarscher oh ne bitte nicht oh ne oh schade ah pass ok ne ne keine geometrie damals 1 gehabt nur agua ertrinken nur agua ertrinken ich sage dir sogar wenn ronaldo das ding vor der pressekonferenz weg stellt ist das geil ja man hat mir auch top wenn er es wegstellt stell dir das zur seite mein bester was würdest du machen wenn er es trinkt oder mag es nicht das wäre mir scheiß egal ich würde meinen meinen kindern erzählen der hat das weg ist wie sonst was ein bild wo er mal schmeißt ja ich werde auch schon weg ihr fahrt euch diesen koffer und habt ihr ein jetpack da müsst ihr dann sind wieder eine linke maus hast du gedrückt halten dann zum fliegen oder ich erklärst du externe wer war das wer war das ich muss dann aber auch nicht zuhören der gleich genau während der erklärung das spiel dieses direkt spiel wenn so ein wird auch schon gespielt das wäre ja auch schon gespielt hier war für kinder oder kann ich mich doch nicht mehr erinnern bei dem scheiß hier aber ich das spiel nach oder und zwei wieder in dem hotel in dem hotel ich weiß wo er wohnt wie ist denn das erzähl mir mal ein bisschen wissen der mann so also die familie wohnt die da hat nichts mit den ronaldos zu tun mann bitte was ich habe es gesehen wie er es gemacht hat das ist ja geisteskrank wetten wir ich bringe wieder hier drüber ich bin ein patsch ich bin mir noch wieder acht oder das ist doch eine map ich kann nicht mehr ich bin so schlecht ja ich kriege der wind ab und fliege nachdem was will ich auch nicht schlechter nach macht zehn er macht neuer macht neuer macht neuer macht neuer das ist nicht mehr mein roh mit zehn ich hab mich zählen auf aber ich bin der kinder verarscht ne ne wieder kein jetpack ne ach das war hier geisteskrank ich kann mich daran erinnern mein gott das war die größte kinder verarsche hier ich schwöre ich bin das war die schlimmste stelle denn ich schwöre dass das kinder war das ist jetzt ja wo ich fliege machen meine 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 oh mein gott die vier starke kummer elian kummer elian erfahrt auch so kinder was man jetzt hier lang aber so ich bin wieder boba fett das sieht aber nicht schlechter so mein feller freund ist ja gut ne scheiße wir den neuen das ist ja nicht krass ich bin ja auf einer 10 ich weiß gar nicht wo ich muss dann blockiert mich der fette und nur noch zwei sekunden ne war schlecht begehrt die öl für dich kraft was das mit ja was da gerade wie auf einmal hier ist geil mit dem pick auf einmal hier muss man auch abfeuern anders hier so muss man abfeuern was das spiel was ist wie es was passiert gänsehaut ich wollte ich also okay okay oh mein gott willi hier schön hier schön hier schön so bastarde allesamt hier gut gemacht vier gut gemacht excel ds brasilien beat box 2020 gut so aber aber abfeuern hier sage ich nein nein voll wieder nicht oh mein fett davon jetzt in der langen wir nicht die ente man dicker mein gott oh mein gott alle mit vier starken alle mit vier aussahm es los die haben mich gebrochen beim netz mal schaffe ich ja gar nicht mehr stark will ich bin trotzdem da ich mache habe nie ich wollte es auch tun er fährt die firma an die wand bei mir ist das kann er fährt seine firma an die wand er ist das krank du bist nicht mein freund was was hat mich hier warte mal oh mein gott ich bin wieder hier wie viel glück die krähe es hat so viel glück gerade gehabt es ist meine krähe oh mein gott jungs bitte können wir bitte der das ist doch also bitte ok wieder glück wieder gut wieder glück wirst du ne 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 ich schwirr sei alles ihr seid alles bastarde was bin ich hier sehend ca ey 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 hab keine zeit mehr ich wär so gef***t ja ey 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 du 20 Sekunden der muss kopp aaaaah NA BLEAAAAAAAAAAA Oh Danny nicht der erste Platz nicht der erste Platz ist das gestört ich schwöre auf alles was habe ich für ein pech was habe ich ganz viel gefühl gerade im spiel hier absaften ganz so lange nachdenken ab scheppern ich bin so sauer jetzt alle verkacken ich bin so sauer und wieder meter gemacht 13 punkte abstand auf dem zweiten ich bin so sauer ich schwör auf alles glück gerne mal wieder glück ach du scheiße das fette wie er weg fliegt er ist einfach das loch gelandet ich hatte einen back ich hatte einen back ich hatte ja ich hatte einen back ich wurde zurück das elias ist das elias scherlich oder näherlich es ist scherlich ich raste aus weisen 4 5 aber noch auf der 1 10 punkte abstand auf denny ganz da drüben oder schaff das schaff was war das spielen wir jetzt hier der mittel ist das ohne nein 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 jetzt wieder auf der 1 auf der 1 du warst so geistert kinder das geht sogar ist das geist das kann hier gut das ist so gut es ist so gut dass ich hier nicht rein rolle ist so eine lächerlichkeit plötzlich bin ich weg dann ist das geil das wird euer ende bringen ja das weiß ich gar nicht wie das geht doch doch ich weiß nicht oder was war das was war das das ist ja richtig cool erstmal danach noch mal eine runde machen aber ich kriege mal das jetpack ich kriege das ding kriegt das ist so eine 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 also das habe ich auch noch nicht gesehen so was super super 6 ok der gotti ist so schlecht stark die schwerkraft okay wie soll ich denn da hochkommen was scherlich willi muss richtig wie flasso willi oder so 14 12 aber sind jetzt auch mit vier schlägen ich bin scheiß loch digga trifft direkt zum glück ich auch oh mein gott warum wartest du nicht kurz ja ja sei schulden dann sei schon wieder oder nix war dann will ich ja da ich will dass wir immer sie an schuld nein ich schon wieder schwer los ich habe ich habe diese karte ich habe die karte also macht man die kanone knallt nicht gut aber es ist okay es ist in ordnung danke danke es ist okay aber wie kann ich denn 88 eine schöne runde von euch das ist es gilt glücksplay alle kommen rüber ich nicht aber ist das so dunkel auf einmal wo ist denn das loch wo muss man denn ja keine ahnung der hochwunden ich bin jetzt wieder runter ist das gleiche geile man jetzt schon wieder scheiß ich habe mein leben wie liefert aus mir ja ich habe die hände warte okay zu spät ist es vorbei diesen zwei löcher wo geht es denn da kann ich mir die drohne anmachen das war so wichtig ich habe ich abgelaufen genommen der spielschule so wichtig dass wir die so am verkacken ist das holt so viel raus oder so einfach noch 1 hat gehört wasser nein dieser weinst du ach bruder ich mich in arsch wirklich dieses jetpack den gott ich jetzt fast geschafft im zweiten schlag ich weiß nicht mal wo ich hin muss ich hätte es mit drei gehabt ich schaffte es nicht ist das anlag hier nein es ist tiger schmutz grundsolide in bogie grundsolide ist der gott wieder ist der gott oder bruder wo es geht es denn lang ist der gott die ich hätte es mit drei haben müssen oder gotti was soll das aus das machen ganz sehr was machen ganz so stark was was wollte was wollte jetzt eben was hat man die ganzen dinger mit spielern auf hier ich weiß nicht wo ich hin muss auf die andere seite jetzt die andere seite in der richtung wieder zurück das ist wichtig für mich hilfe das kann doch mal ganz gut ja back to back 14 4 schläge abstand zu subs zahlen und möchte mich schon wieder jetpacks jungs bitte ich weiß aber nicht sagen nein was mache ich ja einfalls weg gleich ausfahrts weg ich habe einen verrückten play und ich werde ihn durchziehen weil ich der gott die bin ich bastard ich glaube das funktioniert nicht ich probiere es einmal für die wissenschaft mein gott noch gerettet ich bin ich ein bastard stark 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 ich habe keine kamera mehr wie viel hast du mir diese ehrlich was hast du ach ich hab sechs mein gott direkt vor mir super super die sieben super bitte ich kann эта kleine glöd das ist big will die ok 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 wird die 10 11 ist wichtig noch mal bisschen fester vielleicht okay ok jetzt ein erster nicht mehr ich bin da ist das krank ist das letzte ich mache hier so fantasie nein obwohl es die bomben und jetzt achtet 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 welche frei bin achtet einfach nur achtet auf mich zack igel nein wo bin ich stark mein gott oh mein gott bin ich stark guckt euch herrlich an was ich nehme ich habe es gerne mit ich nehme ich habe es gerne mit ohne mich nicht schlechter wurde machen die krähe Die Krähe ist nicht schlecht unterwegs da. Oder 8? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Guter Ball, ja. Belohn sich nochmal selber zum Abschluss. So. Das Geist ist krank. Ui, nochmal 10 von mir. Ich habe 3,40er bekommen. Okay. Stark, Jungs. Danke für die kleine Golf-Sage. Hat Spaß gemacht. Ich habe 4,40er bekommen.